Hallo Freunde, ja, ich möchte heute ein bisschen was zu unserer Lage hier erzählen, ein bisschen auf euch zugehen und mal erklären, wie ich die Sache persönlich so sehe. Also ihr müsst verstehen, es handelt sich nur rein um mein persönliches Statement und das ist keine absolute Geschichte, die ich hier jetzt erzählen werde, aber ich möchte euch gerne ein bisschen näher bringen, wie die Welt für mich sich jetzt verändert hat. Also ich persönlich habe jetzt den Eindruck, als wenn die Welt so eine Stopptaste oder eine Pausentaste gedrückt hat. Irgendwie alles kommt zum Erliegen. Wenn man draußen durch die Gegend fährt, es sind kaum noch Autos auf der Straße und jeder wagt es nicht, für die nächste Zeit zu planen oder irgendwelche Zukunftssachen zu machen. Dies ist die größte Disruption unserer Zeit. Es ist ein bisschen, als wenn es eine Zeit vor Corona geben wird und eine Zeit nach Corona. Veränderungen, die wir gerade durchlaufen, bringen das Beste in uns hervor oder vielleicht auch das Schlechteste. Wir dürfen unser Leben jetzt neu erfinden. Das ist das Schöne an der Geschichte. Aber ich denke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass alles gut wird. An dieser Stelle möchte ich natürlich alle unseren Mitmenschen denken, die im öffentlichen Dienst oder draußen halt arbeiten. Solche Leute wie Rettungssanitäter oder Ärzte, Polizisten, Feuerwehrleute, Leute vom Technischen Hilfswerk. Ich möchte euch allen herzlich für eure Arbeit danken und für den Mut, den ihr aufbringt, in dieser schweren Zeit trotzdem noch euren Dienst zu machen. Das, was ihr an Leistungen bringt, hat es seit dem Zweiten Weltkrieg so in dieser Form überhaupt gar nicht mehr gegeben. Es besteht eine große Verunsicherung. Und ich habe so das Gefühl, dass die Leute überhaupt gar nicht so richtig begreifen, was um sie herum gerade passiert. Eins ist auf jeden Fall wichtig. Egal, wie wir die Situation einschätzen, es ist sehr ernst. Es kursieren sehr lustige Sachen über Corona im Netz. Und wir dürfen bei all der Lustigkeit und dem Humor natürlich nicht vergessen, wie ernst die Lage wirklich ist. Und es ist eine verdammt harte Situation. Für alle, die in den Geistes der Kampfkunst leben, bedeutet es, dass wir gerade jetzt sehr stark gefordert sind, all die Dinge, die wir gelernt haben, alle Tugenden zu benutzen. Das, was ihr gelernt habt, kommt natürlich in Notsituationen viel mehr zum Tragen als im normalen Leben. Natürlich kann man Kampfkunsttugenden auch im normalen Leben benutzen. Aber gerade jetzt, jetzt sind sie gefragt. Eine Krise ist eigentlich nichts anderes als eine tiefgreifende Veränderung. Aber was können wir jetzt Positives daraus ziehen? Wir können natürlich sagen, wir können endlich mal die Dinge tun, auf die wir schon seit Ewigkeiten Lust haben. Wir können endlich mal Zeit mit der Familie verbringen. Das wollten wir schon immer mal. Wir wollten ein bisschen mehr mit den Kindern spielen. Wir wollten mal wieder Oma anrufen. Oder wir wollten irgendwie mal Aufmerksamkeit an den Partner oder an die Partnerin richten. Wirklich mal bewusst da sein. Wir werden nicht mehr abgelenkt von Terminen, die morgen passieren oder heute sind. Oder sagen wir nur noch sehr, sehr wenig. Es gibt kaum noch Termine. Wir besinnen uns auf uns und auf unsere Lieben. Denk bitte an die Leute in deiner Umgebung oder Nachbarn vielleicht. Wir können zwar nicht mit denen zusammen jetzt Zeit verbringen. Wir können ihnen nicht begegnen. Wir können ihnen nicht die Hand schütteln. Und wir können auch nicht ihnen unsere Nähe und Wärme geben. Aber vielleicht reicht es ja schon, dass wir kleine Gesten der Freundschaft und der Aufmerksamkeit bringen. Ich zum Beispiel denke, dass es mal wichtig ist, alte Freunde oder meine Mutter anzurufen, damit sie einfach das Gefühl hat, dass sie nicht allein ist. Für alte Menschen, gerade für die, die in den Krieg mitgemacht haben, ist es eine unglaubliche Verunsicherung. Die wissen doch gar nicht, was morgen passiert. Die kriegen das alles doch gar nicht mit. Dieser Virus kann für sie tödlich sein. Viele Menschen haben einfach eine panische Angst. Aber gebt ihnen einfach das Gefühl, dass ihr da seid. Wir können uns hinstellen und darüber klagen, was jetzt gerade los ist. Viele, viele verlieren gerade ihre Existenz. Ich kenne einige Leute, die in der Unterhaltungsbranche tätig sind. Die sind praktisch aufgeschmissen. Da gibt es auch keine Rettung mehr. Aber wir sind tatsächlich an einem historischen Punkt in unserer Geschichte. Ab hier kommt alles zu tragen, was wir gelernt haben. Alles, was die Kampfkunst ausmacht. Integrität, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit. Aber auch Grenzen ziehen. Bis hierhin und nicht weiter. Zwei Meter Abstand bitte von mir. Und dies ist mein Bereich. Auch das haben wir in der Kampfkunst gelernt. Und das kommt jetzt auch im Sozialen miteinander zum Tragen. Aber auch Charakterbildung, Leadership und sich der Furcht stellen zu können. Das ist ja das, was die Kampfkunst ausmacht. Ich habe Angst vor den Gegner. Das haben wir beim letzten Turnier gelernt. Viele von denen hatten, oh, der ist aber gut. Und trotzdem stellen sie sich diese Angst. Und genau das können wir heutzutage hier benutzen. Wir haben Angst. Ich werde gleich noch mal eine kleine Geschichte zu der Angst erzählen. Also, es gibt in Amerika eine Ebene. Diese Ebene ist ganz, ganz, ganz flach. Über viele, 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 viele Kilometer. Das ist Grasland. Und diese Ebene hat die Eigenschaft, dass sich der Wind dort extrem potenziert. Das heißt, es gibt dann immer einen Sturm. Der hat ungefähr die Geschwindigkeit von 80 kmh. Und der ist ganz, ganz, ganz schlimm für die Tiere, die dort weiden. Und man hat ein ganz interessantes Phänomen festgestellt. Wenn die Tiere, also sie unterscheiden zwischen weiblichen Tieren und Bullen, also männlichen Tieren, also Kühen und Tieren. Äh, nein, Kühen und Bullen, Entschuldigung. Ähm, wird ihm auch sein. Auf jeden Fall hat man festgestellt, dass die Kühe, also die Weibchen, eine wesentlich höhere Sterblichkeitsrate in so einem Sturm haben. Und zwar bis zu 50% der Kühe sterben in diesem Sturm. Während bei den Bullen es eine unglaublich geringe Sterblichkeitsrate gibt. Fast keiner von den Kerlen stirbt. Aber liegt das jetzt daran, dass er Männlein oder Weiblein ist? Oder woran liegt es? Und dann hat man Beobachtungen gemacht. Man hat sie genau beobachtet, man hat genau Forschung angestellt. Äh, man hat ihnen kleine Chips gegeben, damit man weiß, wo sie sind in dem Sturm. Also wird keiner da draußen rumgelaufen sein und in den Sturm geguckt haben, was sie machen. Sondern man hat einfach mal versucht, rauszufinden, warum. Und jetzt muss man sich mal Folgendes vorstellen. Also der Sturm fliegt mit 80 kmh über die Ebene. Die Kühe sehen den Sturm und die fangen an zu rennen. Was das solch wird. Wie schnell ist so eine Kuh, wenn sie richtig Gas gibt? 50 kmh. Und dann kommt der Sturm ran. Er kommt ran. Er holt die Kühe ein. Mit 30 kmh. Aber sie sind im Sturm. Und dadurch, dass sie mit 50 kmh weiterrennen, bleiben sie viel länger in diesem Sturm. Und dadurch sterben auch sehr viele. Die Bullen, die haben das anders gemacht. Die richten ihre Hörner aus. Und die rennen dem Sturm entgegen. Das heißt, 50 kmh plus 80 kmh mit 130 Sachen fetzen die in den Sturm. Sind wesentlich kürzere Zeit in dem Sturm, weil die einfach durch den Sturm hindurch gehen. Und haben damit erreicht, dass sie halt überleben. Für uns bedeutet das in dieser Situation jetzt, wie stelle ich mich der Sache? Laufe ich weg? Versuche dem Ganzen entgegen zu gehen? Oder gehe ich einfach durch? Stelle ich mich der Sache? Stelle ich mich jeder Herausforderung? Bin ich wach? Und versuche meine Angst zu überwinden? Mut bedeutet ja nicht, dass man keine Angst hat. Sondern Mut bedeutet nur, dass ich meine Angst überwinde. Und das ist der große Teil, den wir in der Kampfkunst lernen können. Ja, und dann möchte ich natürlich nochmal sagen, dass wir so eine Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, das gab es ja praktisch seit der Pest nicht mehr. Und natürlich gibt es Notfallpläne. Und natürlich gibt es Pandemiepläne. Und so weiter. Aber real ist das für die Politiker oder für die Verantwortlichen niemals gewesen. Das heißt, selbst wenn es diese Pläne gibt, haben wir faktisch keinen Experten. Und deswegen verurteilt die Politiker nicht, verurteilt die Verantwortlichen nicht. Für jeden ist diese Situation eine neue Situation. Was ich in dieser Situation sehe, ist, dass unsere Werte sich verändern. Also ich kenne keinen mehr, für den es jetzt gerade wichtig ist, das neue iPhone zu haben. Oder der sich hinstellt und sagt, hey, ich habe ein neues Auto. Das interessiert gerade niemanden mehr. Viel wichtiger sind die Sachen, die uns ausmachen. Also solche Sachen wie Menschlichkeit. Okay, wie viel Toilettenpapier habe ich? Wie viele Nudeln habe ich gebunkert? Das ist der wahre Reichtum. Nein, was ich meine ist, dass wir vielleicht diese ganze Geschichte mal als Chance sehen können, uns von dieser gesamten Konsumgesellschaft zu distanzieren. Dass wir weggehen vom Haben und viel mehr ins Sein kommen. Und das fällt uns jetzt unglaublich leicht. Weil die meisten Läden sind zu und wir können sowieso nichts mehr kaufen. Und wir sind unseren Liebsten, unseren nahen Menschen wirklich plötzlich ganz, ganz nah. Und wir können all diese Sachen, die in uns stecken, mal wirklich verarbeiten und mit dem Partner verarbeiten. Seid freundlich zueinander. Seid einfach nett und versucht miteinander Spaß zu haben. Selbst in dieser Situation. Grummeln bringt niemandem etwas. Ich glaube persönlich, dass wir diese Zeit als Wachstumsphase nutzen können. Natürlich können wir uns eingraben. Den ganzen Tag Netflix, Amazon Prime, Disney Channel oder YouPorn gucken. Das ist in Italien gang und gäbe. Aber ich denke, dass wir auch die Möglichkeit haben zu sagen, mein Gott, mal ein Buch lesen. Ja? Das ist vielleicht etwas, was viel, viel wichtiger ist. Unseren Channel lauschen. Da lernt ihr auch sehr viel. Oder irgendwie mich mehr fortbilden. History Channel könnt ihr euch mal anschauen. Vielleicht ein bisschen Vergangenheit lernen. Oder wenn ihr mal eine Sprache lernen wolltet. Es ist die beste Möglichkeit, etwas Neues zu machen. Aber verschwendet diese Zeit nicht. Denkt nicht daran, ich stecke den Kopf in den Sand und dann ist das alles vorbei und dann geht das alles weiter. Das wird nicht passieren. Darüber müssen wir uns klar werden. Es wird nicht so weitergehen. Es kann gar nicht so weitergehen. Es ist vorbei. Aber wir können mit Mut in die neue Zeit reingehen und alles, was wir jetzt lernen, diese sechs Wochen oder acht Wochen oder wie lange es auch sein wird, die können wir wachsen. Die können wir vorwärts gehen. Wir haben uns hier für euch ganz viele schöne Sachen ausgedacht. Und ich denke, dass gerade dieser Teil mit dem Wachstum, das heißt also mit dem, was die Kampfkunst bedeutet, über diese Medien, die wir jetzt hier haben, also über Video, viel besser zu verbreiten sind als im normalen Training. Das heißt also, für uns ist es schon eine unglaubliche Chance. Ich kann endlich mein Kung Fu so rüberbringen, damit ihr es versteht, damit ihr Spaß daran habt und dass ihr ein bisschen mehr Hintergrund bekommt. Und natürlich gibt es da auch diese Geschichten, diese philosophischen Geschichten mit hinter. Also werde ich sehr, sehr viele Sachen euch übermitteln und kleine Videos machen. Für mich ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass du speziell mir auch ein bisschen Resonanz gibst. Ich bin nicht Netflix. Ihr kennt mich. Ich bin euer Chefu. Und ich brauche tatsächlich Resonanz. Wir haben in den letzten Tagen, seitdem wir hier ein paar Nachrichten rausgeschickt haben, so viel Liebe und Resonanz bekommen. Das hat uns wirklich erwärmt. Wir sind nicht aus Holz. Wir sind nicht irgendeine Maschine. Wenn ihr positives Feedback habt oder positive Anregungen, schickt uns die bitte. Sagt uns, was ihr davon haltet. Schickt uns auch bitte, woran ihr interessiert seid. Wir können viele, viele, viele tolle Sachen machen. Ich kann euch kleine Lehrvideos bauen. Das werde ich auf jeden Fall auch machen. Ich werde Lehrvideos bauen, so verschiedenen Formen. Ihr habt mal die Möglichkeit zu sagen, Mensch, das wollte ich schon immer mal lernen. Und dann mache ich euch ein Step-for-Step-Video. Vielleicht so jeden Tag ein kleines Stückchen. Und ihr gebt mir eine Resonanz. Das ist das Wichtige. Das brauche ich. Ihr sagt mir, guck mal, so weit bin ich. Und dann kann ich nochmal sagen, ach Mensch, guck mal hier. Und wenn ihr ein anderes Bein vorne nehmt oder wenn du das Gewicht ein bisschen verlagerst oder sonst irgendwas. Euch Anregungen geben. Also, ich möchte gerne mit euch arbeiten. Also nicht nur, ich gebe euch was und ihr konsumiert das. Geht weg von dem Konsumgedanken. Lernt bitte in dieser Situation, dass ihr selbst gefragt seid. Dass ihr in der Eigenverantwortung seid. Es geht nicht mehr darum, zu bekommen und zu haben und zu machen. Sondern es geht darum, selber zu machen und mit den Mitschmenschen zu arbeiten. Ja, wir werden gerade gezwungen, die Geschwindigkeit unseres Lebens ein bisschen zu drosseln. Und ich glaube, dass es vielen von uns sehr, sehr, sehr gut tut. Habt Mitgefühl, habt Verständnis für die Dinge, die passieren. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt im Channel und ihr werdet weiterhin von mir informiert. Ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.